Herzlich Willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen, regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Dedischacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Die neunte Folge Premium Talk, heute wieder in den Räumlichkeiten daheim, kann man schon fast sagen. Wir waren ja in der letzten Woche mit Rainer Kallmund am Rhein unterwegs, im Hyatt war's, mit wirklich schönem Ausblick im Hintergrund. Das nützt keinem, der das Ganze bei Spotify oder Apple iTunes hört, aber die, die bei Spotify hier und da mal reinschauen, die haben gesehen, das war schon wirklich nett. Und noch schöner ist es ja eigentlich nur hier in der Event-Küche der Premium GmbH in Bocholt. Und da haben wir jetzt die neunte Folge mit zweimal Didi und Didi Haller vorne ist nicht dabei. Didi Schaft, Didi Hürsch. Hallo! 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 Didi, ich weiß, ich fange mal mit unserem Experten an, mit unserem Dauerbrenner, mit unserem Inventar praktisch hier beim Podcast, dass es momentan immer mal wieder auch Videos gibt, die da kursieren aus deiner aktiven Zeit, wo du Tore geschossen hast, wo du dann wie ein Verrückter gejubelt hast. Ich habe dir noch gesagt, schick mir das mal zu. Du hast das irgendwie zugesendet bekommen, noch mal damals aus den 80er, 90er. Hast du bis jetzt noch nicht gemacht? Was ich jetzt noch im Kopf habe, ist das Tor gegen Hessen-Kassel, das habe ich letztens gesehen, und ein unbändiger Jubel. Und das sind ja Szenen, die braucht man aktuell auf Schalke, denn da gibt es gerade nicht viel zu jubeln. Am Wochenende schon wieder eine Packung bekommen, kann man ganz klar sagen. Darüber gilt es zu sprechen. Aber noch halte ich bitte im Zaum, das ist nämlich Thema fürs Ende. Wir machen jetzt praktisch einen großen Bogen und am Ende kommt Schalke. Und dann kommt Schalke so richtig. Und dann wird Didi mal so alles rauslassen, was sich aufgestaut hat. Denn nachdem wir schon gedacht haben, ihr seid aus dem Gröbsten raus, geht es jetzt wieder richtig unten rein. Nur zwei Punkte bis zum Relegationsrang, da brennt wieder richtig die Luft. Ganz anders ist es bei unserem heutigen Gast, Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, der das Strahlen eigentlich gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommt, denn der 1. FC Bocholt spielt als Aufsteiger eine sensationelle Saison. War lange auf der 1, jetzt auf der 2. Warum auch das wunderbar ist, und man jetzt gar nicht irgendwie an den Aufstieg denkt, was ich immer schwer glauben kann, aber ich versuche das heute mal. Das wird er uns gleich erklären. Das heißt, wir haben heute ein buntes Themenfeld. Wir sprechen über die 1. Liga, 2. Liga, vielleicht auch mal so ein bisschen über die Nationalmannschaft. Da kamen ja jetzt die Nominierungen, die kamen jetzt raus für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Und wir sprechen über die Regionalliga West, wo Bocholt auf der 2 steht. Also die komplette Bandbreite. Du darfst ja aussuchen. Womit fangen wir an? Ja, lass uns ruhig mit Bocholt mal anfangen, weil der Gast hat Vorrechte. Ja. Dementsprechend denke ich schon, dass wir beim 1. FC Bocholt ein wenig plaudern wollen. Ja, und das ist vor allem für die interessant, die sagen, ja, 1. und 2. Liga, da sehe ich so viel permanent, jeden Tag, vielleicht auch am Wochenende, Sportstudio, Sportschau, wie auch immer. Oder ich war im Stadion und habe Sky des Saunes etc. geguckt. Aber die Regionalliga West, das ist was für Fußballkenner, für Fußballliebhaber, für Fußballexoten und Romantiker. Ich finde, es ist eine ganz tolle Liga, da spielen etliche Traditionsvereine und der 1. FC Bocholt ist einer davon. Und der hat gegen Rot-Weiß Oberhausen, anderer großer Traditionsverein, am Wochenende 0-0 gespielt. Ein Unentschieden, was für dich in den Plan passt oder dann doch so ein bisschen unzufrieden? Also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich. Ja, also wir sind mit dem Unentschieden schon zufrieden, weil wir haben wieder mal, genauso wie letzte Woche in Lippstadt, mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielen müssen, durch eine dumme gelb-rote Karte kurz vor der Pause. Und dann spielst du halt gegen Oberhausen, die schon sehr erfahren sind, die eine gewachsene Regionalligamannschaft sind, wie du eben sagst, mit viel Tradition, mit viel Fanpower auch, die wir mittlerweile auch haben. Aber wir sind halt von der Mannschaft, von der Struktur, infrastrukturell noch gar nicht so gewachsen wie viele andere Vereine. Und wenn wir dann aber über 0-0 in Unterzahl gegen Oberhausen nicht ganz zufrieden sind und darüber reden, dann sind wir relativ weit schon, glaube ich. Rotwas Oberhausen, Moritz Doppelkamp, schwer einzufangen. Habt aber hinbekommen, also er hat kein Tor erzielt. Selber nur ein 0-0. Auf der anderen Seite sagst du, nee, das ist völlig fein. Aber kennst du diese Typen wie mich jetzt, die sagen, naja gut, also ich mach's mir einfach, ich guck dann immer schön am Montag im Kicker auf die Tabelle, wo steht ihr denn? Und jetzt steht ihr auf der 2, ihr wart doch mal lange auf der 1. Musstest du da viele auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sagen, Freunde, ihr seid da völlig vermessen unterwegs. Das ist nicht die Realität, Platz 1? Müssen wir schon. Ich glaube aber, wie du eben auch sagtest, wenn man auf die Tabelle guckt und du hast irgendwann mal 5, 6, 7 Punkte vor und fällst dann so ein bisschen ab, da gibt es ja Gründe für. Also das wissen wir intern. Uns war auch klar, dass das passieren konnte. Wir wollten es natürlich nicht, aber uns war schon klar, dass das passieren konnte. Da muss man schon den einen oder anderen einfangen. Wir sind angetreten, um so schnell wie möglich 40 Punkte zu holen, um den 1. FC Bocholt weiter sicher in der Regionalliga zu etablieren. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon geschafft. Und alles andere ist dann zu Brot. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere sich vielleicht von außen, aber auch selber zu viel unter Druck gesetzt hat, dass das dann so ein bisschen verkrampft auch. Und wir versuchen immer Woche für Woche in den Trainingseinheiten auch den Spaß wieder in Vordergrund zu stellen, einfach das zu genießen. Und ja, ist nicht so einfach. Ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, wir wären jetzt auch Zweiter, aber wir wären vielleicht von Tabellenplatz 8, 9 gekommen, dann würde man sagen, boah, geile Aufholjagd. Und so wird der zweite Platz etwas falsch interpretiert, glaube ich. Aber wir wissen intern, was das für uns bedeutet, was das für den Verein bedeutet. Und ich als Trainer oder mein Trainerteam, wir sind mega stolz auf die Jungs. Nini, wir haben es gehört. Das Ziel war zunächst mal, nur 40 Punkte zu holen, um den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West zu etablieren. Jetzt hat man nach 26 Spieltagen schon 49 Zähler. Es stehen noch 24 Punkte aus, die zu vergeben sind. Wenn man das dann so sieht, muss man sagen, da wird gerade tolle Arbeit gemacht, als Aufsteiger. Ja, muss man sagen. Man hat die richtige Wahl getroffen mit Dietmar als Trainer. Für Dietmar ist es auch eine Rückkehr hier in den Westen. Er konnte sich dort einen Namen machen. Das hat er relativ schnell geschafft. Die Mannschaft hat gute Leistung gezeigt. Sicherlich wachsen natürlich die Ansprüche, wenn du in der Hinrunde auf Platz 1 stehst und jetzt in der Rückrunde halt abgelöst worden bist von Alemannia Aachen. Aber Alemannia Aachen hat auch einen ganz anderen Etat. Das Ganze drumherum ist natürlich da noch ein bisschen professioneller als in Bocholt. Aber ich glaube, mit Dietmar als Trainer und dem Umfeld dort arbeiten sie an den professionellen Strukturen. Dort sind sie auf einem guten Weg. Jetzt heißt es natürlich, dieses Jahr weiter dort oben beizunehmen. Zwei, drei vielleicht am Ende muss man sehen. Und dann natürlich im nächsten Jahr bestätigen die ganze Geschichte, weil das ist ja immer das Wichtige. Du bist ja schnell oben, aber oben bleiben, das ist die Kunst. Und da sind glaube ich alle Verantwortlichen, einschließlich Trainer, einschließlich Sponsor, alle die dazugehören, gefordert. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, das hat Dietmar Hirsch mit Xabi Alonso gemeinsam. Die müssen jetzt auch zeigen, dass oben bleiben können. Das wird dann aber die Aufgabe für die nächste Saison. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Er ist zurück im Westen. Du bist zurück im Westen, denn du hast viele Trainerstationen jetzt durchlaufen in den letzten Jahren und warst natürlich auch als Spieler sehr erfolgreich. Für mich ist das immer so, als auch Kind der 90er, der das alles noch so gesehen, erlebt, aufgesogen hat, ist das völlig klar. Und da gehe ich mir dann voraus, ihr, die jetzt zuhört oder zuguckt, wisst doch auch, wer Dietmar Hirsch ist. Aber für alle, die jetzt mit dem Fußball vielleicht noch nicht so bewandert sind, knapp 200 Spiele in der ersten Bundesliga, unter anderem für Borussia Mönchengladbach, für den NSV Duisburg, auch ein Kind des Pokals, kann man sagen, mit Gladbach im Kader 95 das Ding gewonnen und dann mit Duisburg auch im Pokalfinale gestanden, 1 zu 2 knapp verloren. Das waren auch so Highlights deine Spielerkarriere, die du vielleicht auch oder wo du Erfahrungen hast sammeln können, die du deinen Spielern mitkippst? Ja, also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass früher gab es noch keine Nachwuchsleistungszentren. Ich habe nie irgendwo in der Jugend hochgespielt, sondern ja, Durchschnitt irgendwo und habe mit 18, 19 noch in der Bezirksliga gespielt, habe meine Ausbildung gemacht, wollte natürlich immer, seit ich denken kann, Fußballprofi werden. Ich glaube, das wollen viele, aber es ist halt sehr spät gekommen. Also ich habe von Bezirksliga bis Bundesliga alles gespielt, habe bei Gladbach in der zweiten Mannschaft gespielt, habe mich da hochgearbeitet, habe da meine Chance bekommen, also ein bisschen so ein Quereinsteiger, würde ich sagen und habe da, denke ich, ganz andere Werte mitbekommen als heute in so einem NLZ, wo einem alles abgenommen wird und das versuche ich meinen Spielern mitzugeben, dass nicht alles immer von alleine kommt, dass man viel dafür tun muss. Ich habe viele Spieler gesehen, die viel, viel mehr Talent hatten als ich, aber ich wollte es halt unbedingt und wie gesagt, habe auch ein bisschen Glück gehabt, das gehört dazu, aber wenn man dann irgendwo die Chance bekommt, dann ist man ja selbst dafür verantwortlich und ja, diese Werte, diese Einstellung zum Sport, zum Beruf, zu der Leidenschaft, die wir alle haben, die versuche ich den Spielern zu vermitteln, weil ich habe echt Spieler, die so am Rande sind, so zwischen Amateurfußball und Profifußball, das ist halt so die Regionalliga und diesen letzten Schritt zu gehen, ich glaube, ab dritte Liga, jeder, der sich mit dritten Liga beschäftigt, was da für Mannschaften sind, Dresden, 60 München, das ist schon Zweitliganiveau mehr oder weniger von allem drumherum und da fängt der richtige große Profifußball an und ich versuche meinen Spielern zu helfen, da hinzukommen, ist aber schwer, weil du musst da nicht in die Beine, sondern du musst in die Köpfe und das ist immer viel schwieriger, als die Jungs fit zu machen. Ja, das glaube ich und da gilt es natürlich auch so ein paar Akteure zu haben, die so ein bisschen das ebenfalls leben, was du gerade angesprochen hast, die Werte leben, den Fleiß leben, weil Talent ist ja wirklich gut und schön, aber ich finde immer, pauschal gesprochen, so Jungs, die nur vom Talent leben, das sind immer so Szene-Spieler. Jetzt zum Beispiel so Julian Brandt, der kann vieles am Ball, hat zum Teil tolle Momente, spielt dann aber auch mal zwei, drei Spiele hintereinander, wo er permanent Fehlpässe im Mittelfeld über zehn Meter spielt. Da kriege ich als Betrachter der ganzen Nummer, kriege ich die Krise. Ich habe lieber diese konstanten Arbeiter, wo du genau weißt, was du bekommst, das ist verlässlich, da gibt es keinen Peak nach oben, aber auch keine Schwankung nach unten, das ist so, da kannst du mit arbeiten, anstatt diese ständigen, wie so ein Aktienkurs und hoch und runter. Das müsste dich auch als Trainer wahnsinnig machen, sowas zu sehen, oder? Der über den Fleiß immer gelebt hat. Aber du hast halt viele unterschiedliche Spieler. Wenn du jetzt nur Spieler hast, die, sagen wir mal so, Mentalitätsspieler sind, die körperbetont Fußball spielen, da wirst du auch keine Spiele gewinnen. Wahrscheinlich eher in der Regionalliga als in den ersten drei Ligen. Also du brauchst auch schon Spieler, die vielleicht so ein, ja, sowas Geniales haben. Nicht immer, aber ich glaube, Julian Brandt ist jetzt vielleicht auch nicht mein Lieblingsspieler, weil ich halt auch eine andere Mentalität habe, aber trotzdem ist das ein Spieler, der den Unterschied machen kann und die habe ich in meiner Mannschaft auch. Also ich glaube, wenn du Regionalliga-Trainer bist oder Spieler bist und du musst die Mannschaft auf ein Regionalligaspiel vorbereiten, da brauchst du auf jeden Fall mehr Mentalität als Talent, weil du spielst halt nicht auf immer, ja, gut vorbereiteten Plätzen. Die Stadien sind sehr klein, die Umkleidekabinen sind klein. Es ist alles nicht so, wie man das in den oberen Ligen kennt. Und da brauchst du schon viel Mentalität, wenn du, ich will jetzt gar keinen Verein nennen, aber das ist bei uns am Hinten genauso. Also das ist nicht mit Aachen zum Beispiel zu vergleichen, wo du halt, was weiß ich, in jeder Kabine zwei Wellnessbecken hast. Bei uns ist alles halt so ehrlicher, in Aachen ist auch ehrlicher Fußball, um Gottes Willen, aber das ist so mehr Fußball von der Basis her so. Das musst du, du musst das mögen. Wir haben die Spieler alle darauf hingewiesen, bevor sie Verträge unterschrieben haben. Guckt euch das bei uns mal an. Die wussten, was auf die zukam. Wir haben Trainingsplätze, da sind Maulwurfhügel. Wir können nicht immer bei uns am Stadion trainieren. Wir fahren nach Holland. Wir fahren überall hin. Das wussten die Spieler. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir da gute Spieler haben, mit guter Mentalität. Und dementsprechend stehen wir auch da oben. So wie es gerade beschrieben wird, das ist definitiv auch was für den einen oder anderen Fußballromantiker. Vielleicht so ein bisschen, nicht vom Tabellenplatz, aber so von dem, wie man sich in der Liga bewegt, der SV Darmstadt 98, der Regionalliga West, wo du als Gegner auch nicht gern hinfährst. Weil es ist unangenehm, es ist vielleicht eben auch nicht so modern. Es hat so deinen ganz eigenen Charme. Du musst raus aufs Land. Es ist auch zum Teil eine weite Tour für die, die da kommen. Hat schon was. Ja, selbstverständlich. Manchmal ist das ja auch schon ein bisschen angsteinflößend für die Mannschaften, wenn sie dann am Bocholt kommen oder wenn sie zu anderen kleineren Klubs kommen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja auch mit Bergisch Gladbach, sind wir ja auch damals aufgestiegen in die Regionalliga. Und wenn ein Gegner zu uns kam, wenn der 1. FC Köln kam oder Viktoria Köln damals auf dem Weg in die Dritte Liga, die haben bei uns verloren. Die kamen da hin, denen hat das alle nicht gefallen. Aber genauso war es dann, wenn wir mal woanders hingefahren sind und wir kamen da in so kleine Kabinen rein, wo du drei Kabinen nebeneinander nehmen musstest, damit dein Kader da überhaupt reingepasst hat. Da hast du schon als Spieler eine Kappe, aber auch als Trainer oder als Betreuer, jeder, der dazugehört. Und dementsprechend kann es auch manchmal ein Vorteil sein, ganz klar. Aber für Fußballromantiker ist es natürlich immer ein Vorteil, wenn du nicht in diese ganzen modernen Arenen kommst, sondern wenn du wirklich noch den alten Fußball leben kannst. Aber du musst trotzdem wachsen. Wir können jetzt nicht immer sagen, wir sind jetzt Bocholt, wir wollen jetzt immer da bleiben und wir leben jetzt von diesem Charme und angsteinflößend oder nicht ganz so vernünftig für andere Mannschaften. Also bei uns geht es jetzt darum, dass wir die Stadt natürlich brauchen. Da geht es jetzt in den nächsten Tagen um den Zuschuss, dass die Infrastruktur verbessert wird, weil wir wollen ja schon jetzt mittelfristig schon die dritte Liga anstreben. Ich glaube, das muss man auch irgendwo. Man muss versuchen, aus der Regionalliga als Traditionsverein rauszukommen. Aber dafür ist die Infrastruktur wichtig. Und dann kann man nicht sagen, ja, das ist alles so für uns angenehm, wenn Mannschaften kommen. Also man muss sich entwickeln. Darmstadt fand ich, hast du ein gutes Beispiel genannt. Also das war früher auch kein schönes Stadion, aber die haben sich halt gut entwickelt und haben jetzt Bundesliganiveau. Wie gesagt, die Infrastruktur ist eminent wichtig. Wir haben jetzt sportlich, glaube ich, die Stadt so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und wir hoffen natürlich, dass kurz- oder mittelfristig die Infrastruktur die Stadt mitzieht und dass wir uns dann auch da weiterentwickeln können. Ja, das hoffe ich auch, dass die Stadt mitzieht, denn das ist eine Riesenchance. Man stelle sich vor, mittelfristig würde es in die dritte Liga gehen. Das wäre natürlich auch, das muss man ja immer im Großen und Ganzen sehen, ein Riesenboom für die Wirtschaft hier vor Ort, für die Hotellerie, für die Gastronomie etc. Da kommen Mannschaften, die 1860 München wie Dynamo Dresden, keine Ahnung, wer da noch von oben runterkommt, vielleicht auch irgendwie der 1. FC Magdeburg und, 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 ehemalige Bundesligisten, Europapokal-Teilnehmer etc. Das ist irre, was allein die dritte Liga zu bieten hat. Man muss gar nicht in die zweite oder erste Liga, um wirklich diese Fanpower, diese Wucht des Profifußballs zu spüren. Und deswegen, ihr seid ja gerade auch rein sportlich auf einem sehr guten Weg. Und ich habe hier mal den Kater natürlich auch im Vorfeld so ein Stück weit überflogen. Da kommen immer wieder so Namen, wo man denkt, ach ja, die verbinde ich wirklich mit qualitativ auch gutem Fußball. Gino Windmüller zum Beispiel, den habe ich damals noch beim VfR Ahlen erlebt. Oder eben im Meergegen Fesulao, den fand ich bei Alemannia Aachen immer schon auch sehr stark. Viele andere interessante Charaktere auch. Gibt es da einen, wo du sagst, ja, auf den könnte man schon mal mehr achten. Der kommt vielleicht noch, ist vielleicht aber auch gerade schon auf einem gewissen Niveau unterwegs. Und da sind wir richtig froh, dass wir den haben. Gut, das ist jetzt immer schwierig. Wen sollst du als Trainer jetzt herausstellen. Aber gib uns mal so ein bisschen was an die Hand, was für deinen Kader spricht. Also, ich kann keinen Einzelnen rausheben, weil wir leben einfach von der Mannschaft zwischen Geschlossenheit. Das ist einfach so. Ich habe eben die Infrastruktur bei uns genannt. Also, bei uns fahren auch Spieler mal von A nach B, vom Hünding nach Holland, wo wir acht Kilometer weiter trainieren, die Klamotten rum, das Material. Und wir leben wirklich so, wie wir unter der Woche trainieren, wie wir da zusammenhalten. So müssen wir das auch auf den Platz bringen. Und deswegen akzeptiere ich bei meinen Spielern auch mal schlechte Leistungen, weil ich weiß, die geben alles. Die geben wirklich alles. Wir sind gerade so am Anschlag. Man merkt das gerade. Wir haben einige Stammspieler, die uns da hingebracht haben. Die kriegen von mir auch jegliche Unterstützung, wenn sie mal eine Schwächephase haben. Aber im Moment haben einige so eine Schwächephase, was auch normal ist. Aber es ist natürlich jetzt eine blöde Zeit. Gerade jetzt, wo man an Aachen dran war oder immer noch mehr oder weniger ist. Wo man auch das direkte Spiel hat. Genau, wenn man dann nicht auf Top-Niveau ist. Und wir sind halt so aufgestellt, dass wir immer 100 Prozent bringen müssen in den Spielen. Und wenn du mal drei, vier Spieler hast, die vielleicht so ein bisschen abfallen, dann hast du keine Chance in der Regionalliga. Also nicht als 1. FC Bochol. Das kriegen wir nicht aufgefangen. Wir sind in der Breite nicht so gut aufgestellt wie Aachen oder auch Oberhausen oder Fortuna Köln, wie auch immer. Aber das wussten wir. Nochmal, wir sind nicht für den Aufstieg zusammengestellt worden, sondern uns erstmal zu etablieren. Das haben wir geschafft, egal was am Ende bei rauskommt. Aber du willst natürlich immer das Maximale rausholen. Wir werden auch, wenn wir jetzt acht Punkte Rückstand haben, versuchen bis zum Ende alles zu geben, um nochmal oben ranzukommen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir den zweiten Platz verteidigen, weil die anderen Mannschaften kommen jetzt auch mit Macht. Wir haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Platz drei. Aber das bringt uns alles nicht aus der Bahn. Wir haben jetzt Länderspielpause. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns so ein bisschen zu regenerieren, aber auch nochmal körperlich drauf vorzubereiten auf die letzten zwei Monate. Und dann werden wir alles raushauen. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit, wie gesagt, ohne jemanden herauszuheben, davon leben wir. Und das werden wir weiter als Team. Ich sage meinen Jungs immer, es ist ein Unterschied, ob du eine Mannschaft bist oder ein Team. Mannschaft ist für mich so ein Zusammenschluss. Das waren wir am Anfang, weil wir haben jetzt insgesamt über 20 Neuzugänge. Da waren wir eine Mannschaft. Das ist eine Ansammlung von mehreren Spielern. Aber daraus ein Team zu machen, das schaffst du nicht immer nur als Trainer. Da bist du auf die Kabine angewiesen, auf Führungsspieler, auf guten Kapitänen, auf ein Mannschaftsrat. Und das hat bisher sehr gut funktioniert, dass wir als Gruppe, als Team, wie gesagt, das Maximale rausholen. Und so werden wir es bis zum Ende auch durchziehen. Und die Regionalliga West, das ist schon ein Fund. Also wir haben ja gerade über die Vereine gesprochen zum Teil, die da mit dabei sind. Rotweiß Oberhausen, Allermannia Aachen, Wuppertalner SV. Nur mal drei große Vereine zu nennen, die auch alle schon erste Liga gespielt haben. Dazu bestehen ist nicht einfach. Das ist ja auch eine undankbare Liga, denn du bist irgendwo zwischen Profifußball und Amateurbereich. Das ist so irgendwie so im Graubereich, oder? Ja, du hast ja auch die zweiten Mannschaften dabei. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, nur mal zwei zu nennen. Also das war damals zu unserer Zeit auch. Apropos damals, Gino Windmüller, den habe ich mitentwickelt. Der war bei uns in Bergisch Gladbach damals und ist dann von Bergisch Gladbach weiter nach Jan Regensburg gegangen. In den Profifußball. Danach hat er, glaube ich, ein bisschen Verletzungspech gehabt. Ja, jetzt auch leider wieder. Jetzt auch wieder, aber ist ein menschlich, absolut top, aber auch als Spieler top, auch ein Führungsspieler, der vorne weg geht. Sicherlich ist diese Regionalliga da eine ganz spannende Liga. Sie wird leider nicht immer so angenommen, wie man sich das wünscht, muss man auch sagen, von den Zuschauern. Die nehmen das hin, naja, ist Regionalliga, obwohl die Traditionsvereine wie jetzt Oberhausen, Wuppertal, die haben ihre Zuschauer. Rot-Weiß Essen war ja auch lange drin, hat auch immer viele Zuschauer mitgebracht. Und man muss sich das wirklich nur mal vorstellen, wenn Bocholt wirklich weiter so kontinuierlich arbeitet, auf einmal müssen wirklich so Vereins wie 60 München oder Dresden, wir fahren heute nach Bocholt. Wir wissen noch gar nicht, was los ist. Da fragen die Spieler erstmal, wo liegt das denn? So ähnlich. So wie damals Uwe Seeler gefragt hat, wo ist denn Meidrich? Und dann sind sie mit dem HSV gekommen und haben vier Stück gekriegt. Das ist doch Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten. Das macht Spaß auch als Trainer zu sehen, wie dein Team funktioniert und wie du schon sagst, du hast eine Mannschaft gehabt und hast mit deinem Team drumherum und auch die Mannschaft selber dafür gesorgt, dass ihr jetzt ein richtiges Team seid. Und alle Achtung, großen Respekt. Ja, also das ist wirklich dann die Leistung des Trainers, wenn du aus einer Ansammlung von neuen, 20 Neue, war mir auch gar nicht klar, dass es so viel sind, 20 Neue dann eine Mannschaft machst, die als Aufsteiger so funktioniert, dass sie sogar oben mitspielen kann. Also das ist dann schon ganz klar Trainerhandschrift, also insofern auch nochmal Hut ab für diese tolle Leistung. Und der 1. FC Bocholt hat eine tolle Tradition, auch mal zweite Bundesliga gespielt. Ich kenne die noch ganz gut aus der Ruhrliga Nordrhein, als es da die Duelle zwischen dem FC Remscheid und dem 1. FC Bocholt gab. Ich sage mal, beide Fanlager mochten sich jetzt nicht so besonders, aber da gab es immer heiße Duelle und da ist man immer gerne dahin gefahren, weil da bei Remscheid ähnlich gelagert ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Fakt ist, ihr habt ein Stadion, 18.000 würden ursprünglich reinpassen, aufgrund Bauanfälligkeit sind es gerade mal dreieinhalb. Zweieinhalb waren jetzt gegen Oberhausen mit dabei. Wie ist so die Fanbase, entwickelt sich da was, ist die Euphorie angekommen, wächst es gerade weiter? Wie ist da so die Situation bei euch? Ja, auf jeden Fall. Also zweieinhalb oder etwas mehr als zweieinhalb waren da, weil Oberhausen nicht so viele mitgebracht hat. Also gegen Aachen war es zum Beispiel komplett voll, weil Aachen auch 1100 mitgebracht hat. Wir haben halt die Haupttribüne, die relativ überschaubare Sitzplätze hat. Darunter sind Stehplätze, dann kommt direkt der Platz. Also auf unserer Seite ist immer voll, der Heimbereich ist fast immer ausverkauft. Wie gesagt, auf der Gästeseite, wenn jetzt Spiele gegen Oberhausen sind, da ist halt Fantrennung, da darf von uns keiner hin. Gegen Düren zum Beispiel durften auch Fans von uns da hin, da war es auch komplett voll das Stadion. Also du merkst schon, dass es wächst, hat aber auch was mit den Ergebnissen zu tun, das muss man auch sagen. Das war am Anfang noch nicht so, da hat man vielleicht der ganzen Sache noch nicht so getraut. Da waren am Anfang 1300, 1500, dann wurden es immer mehr, dann haben wir so ein bisschen oben ran geschnuppert, dann waren wir ganz oben und dann war das Stadion halt voll so. Und ja, es ist halt schön zu sehen, wenn die Fanbase wächst. Es ist sehr familiär noch bei uns. Wir haben auch so eine kleine Ultragruppierung, sage ich mal so. Aber die stehen dann vor dem Stadion, wenn du da ankommst, dann redest du mit denen kurz, die trinken da schon ihr Bierchen. Dann musst du halt in die Kabine, dann gehst du aber vorher dahin, quatsch mit denen so ein bisschen. Meine Spieler machen das auch. Also es ist schon, du bist nicht so, ja, abgeschieden von den Fans. Du gehst nachher, wir haben so ein kleines VIP-Zelt, da stehen dann viele Fans, Sponsoren. Es ist sehr nah, du triffst die Leute, du unterhältst dich nach den Spielen direkt. Und kriegst dann natürlich auch die Reaktion mit so. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben eigentlich alle Spiele zu Hause gewonnen. Dann kommt Dürren, die waren damals die auswärtsstärkste Mannschaft und wir haben 0-0 gespielt. Und dann kam, oh, heute war ja nicht so unser Tag und so. Wo du dann aber auch mal reagieren kannst und sagen kannst, ey, lass mal die Kirche im Dorf. Dann ist das, was wir am Anfang hatten. Diese Gier, ja, ist gut, aber du musst die Kirche im Dorf lassen. Du musst auch Respekt vor dem Gegner haben und gegen die beste Auswärtsmannschaft dann einen Punkt zu holen, was dann auch fair war. Aber das wurde dann nicht richtig eingeschätzt und dann versuche ich meine Mannschaft auch direkt mit dem einen oder anderen, kann man sich unterhalten, direkt so in die Spur zu bringen und zu erklären, was los ist. Eines ist mir noch wichtig, du sagst eben, so Trainerhandschrift und so. Ich muss echt sagen, so wie wir von der mannschaftlichen Geschlossenheit leben, leben wir auch im Trainerteam davon. Also ich habe echt Top-Co-Trainer, die das mehr oder weniger nebenberuflich machen. Also die, ich glaube, wesentlich mehr Zeit investieren, als sie überhaupt dafür entlohnt werden. Das ist in der Regionalliga aber immer so. Also meistens sind die Co-Trainer nebenberuflich, bei den großen Vereinen, die einen riesen Etat haben, vielleicht anders. Aber ich habe einen 31-jährigen jungen Co-Trainer, der kommt aus Bottrop, der hat Ruhrpott-Mentalität. Marvin Höhner, taktisch top, also der ist immer da, obwohl der einen Hauptjob hat. Ich habe mit Marcel Reichwein, ehemaligen Profi, der auch die Videoanalyse macht, der uns unterstützt, der speziell sich mit den Stürmern auseinandersetzt, der da seine Erfahrungen mitgibt. Also die nehmen ja alle was ab. Mit Kai Höttgen, Torwart-Trainer, der schon sehr viel Erfahrung hat. Und wir vier leben das natürlich im Trainerteam, so diese Geschlossenheit auch vor. Ich glaube, das sehen die Spieler dann auch. Da passt kein Blatt dazwischen. Oft hast du ja mal so, hm, dann stimmt es im Trainerteam nicht. Der eine gönnt dem anderen was nicht. Und das ist bei uns halt auch nicht so. Und ich kann auf dem Platz auch viel abgeben beim Training, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Und das ist halt extrem wichtig. Hatte ich auch so noch nicht in der Art und Weise. Und das muss man halt dann auch immer, wenn man vom Team spricht, darf man nicht immer nur von einem Trainer sprechen, sondern das ist dann auch Teamarbeit. Das ist schon wichtig, finde ich. Ja. Und wer sagt, das klingt richtig gut, diese gewachsene Einheit da in Bottrop, auf und neben dem Platz, die möchte ich mal live erleben. Jetzt am 7. April gegen Düsseldorf 2, dann noch gegen Ahlen 20. April und 11. Mai gegen Wuppertal. Das sind diese drei Heimspiele, die es noch gibt. Ansonsten Top-Auswärtsspiele bei Fortuna Köln im Südstadion und dann am Tivoli bei Aachen. Also da ist noch einiges geboten. Acht Punkte Rückstand aktuell. Mal schauen, gerade hinten raus. Vielleicht zeigt ja Aachen nochmal Nerven. Vielleicht habt ihr ja nochmal so einen Lauf. Das gab es ja alle schon mal im Fußball. So, Personalien wollen wir nicht großartig rausstellen, ist auch klar. Aber über einen muss ich dann schon nochmal kurz sprechen. Malek Fakro, der ist nämlich noch ziemlich unterm Radar, hat nie höher gespielt als Regionalliga, ist 26 Jahre jung und spielt eine sensationelle Saison. Ich glaube, die Saison seines Lebens aktuell, kann man schon sagen. 24 Spiele, 13 Tore. So ein bisschen der ehemalige Meppener Dennis Undorf jetzt, der Malek Fakro bei Bocholt. Kann man da so eine Parallele ziehen? Also ich will ihn nicht runtermachen, aber bei den 13 Toren sind auch sechs Strafstöße. Also das darf man nicht vergessen. Muss man auch erstmal machen. Muss man auch erstmal machen. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen falsche Personalien, weil er hat jetzt die gelb-rote Karte bekommen, unglücklicherweise. Gibt es da was in der Schriftskasse? Das schauen wir mal. Also eigentlich schon, weil das war halt echt ein dummes Foul. Da muss man schon gucken. Da erwarte ich von einem, der ist für uns ein erfahrener Spieler eigentlich schon. Wir haben viele junge Spieler auch. Da erwarte ich ein bisschen anderes Auftreten. Vor allen Dingen, weil wir es letzte Woche auch schon hatten. Aber nein, es ist fleißig. Hat vielleicht auch das, was ich vorhin sagte, auch nicht diese NLZ-Ausbildung. Also er war nie im Nachwuchsleistungszentrum, kommt hier aus Essen, hat bei Schwarz aus Essen gespielt. Dann kannte ich ihn auch aus dem Norden, wo ich bei Totonja Ottensen war, da in Lübeck gespielt. Also kannte ich den Spieler schon. Ja, 13 Tore ist, glaube ich, eine gute Quote. Und ja, mal gucken, ob jetzt noch ein paar dazukommen. Also ist aber auch ein bisschen so, wir leben eigentlich mehr davon. Wir haben die beste Abwehr, wir haben die wenigsten Gegentore. Wir müssen eigentlich in der Offensive das noch auf mehreren Schultern verteilen. Also ich hätte lieber, sagen wir mal, fünf Spieler, die alle fünf, sechs, sieben Tore haben, als einen, wo sich die ganze gegnerische Mannschaft drauf einstellt, die ganze gegnerische Abwehr. Das fehlt uns so ein bisschen und wir müssen eigentlich oft zu Null spielen, damit wir auch eine Chance haben zu gewinnen, weil nach vorne ist es halt schwierig. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaften sich jetzt gegen uns anders verhalten, als noch in der Hinserie, wo sie uns noch gar nicht so auf dem Radar hatten, so ein bisschen unterschätzt haben. Dann bist du halt im Winter, die längere Winterpause bist du halt oben und du kriegst das schon mit, dass Mannschaften jetzt defensiver stehen, anders gegen uns spielen und dann musst du halt, also verteidigen kann jeder heute irgendwie, aber nach vorne was zu kreieren hat viel mit individueller Qualität zu tun und da müssen wir uns noch verbessern. Okay, bevor wir das Kapitel schließen und drei Liga höher gehen, drei Ligen höher gehen, so, noch ein abschließendes Wort, ist das das mittelfristige Ziel, was speziell jetzt du auch hast, der Auftieg in die dritte Liga mit dem 1. FC Bocholt? Eigentlich schon. Ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, was man hier sportlich entwickeln kann mit minimalen Mitteln, sage ich mal so. Also ich glaube vom Spieleretat sind wir irgendwo auf Platz 12 und du bist bei den ganz Großen dabei, wenn man sich jetzt punktuell verstärkt, wenn man sich, wie gesagt, was ganz wichtiges infrastrukturell besser aufstellt und es muss halt beides wachsen. Also wenn wir jetzt aufsteigen oder aufsteigen würden, würden wir das natürlich mitnehmen. Man muss aber auch, das ist so diese emotionale Sache, man muss aber auch überlegen, macht das in Summe Sinn, wenn man infrastrukturell noch nicht so weit ist? Also man muss ja, wie gesagt, ich glaube beides muss wachsen, aber wir haben jetzt sportlich einiges vorgelegt, wir hoffen, dass das nachgezogen wird, die Möglichkeiten sind da und dann glaube ich schon, dass es das Ziel sein muss, sein sollte von einem Traditionsverein wie Bocholt mit den Fans, mit dem Umfeld. Ich glaube, es ist auch von Sponsorenseite einiges noch möglich. Ich glaube, dann kann man das schon anpeilen, ja. Okay, dann ganz viel Erfolg bei den Gesprächen mit der Stadt, mit den Sponsoren, dass das wirklich funktioniert, denn klar, das ist ein richtiger Punkt, man möchte jetzt kein weiterer TSV Havelse oder VfB Oldenburg sein, der das als Abenteuer mal mitgenommen hat, aber wo schon eigentlich am ersten Spiel da feststand, das kriegen wir niemals realisiert mit dem Klassenerhalt, das wäre dann auch schade, da kann auch viel kaputt gehen, das blickt auch immer eine gewisse Gefahr. Also insofern das Fundament aufbauen, da müssen alle mitziehen, aber man hat ja hier so einen schönen Einzugsbereich. Ich glaube, der nächste größere Konkurrent irgendwie Münster ist schon noch ein paar Meter weg und das Ruhrgebiet ist auch ein paar Kilometer weg. Also Bocholt, da ist man, glaube ich, hier in so einem schönen Bereich, wenn man da die Kräfte bündelt, dann funktioniert es vielleicht außenrum genauso gut wie auf dem Platz. Wunderbar, ganz lieben Dank für die Einschätzung zur Ist-Situation beim 1. FC Bocholt. Und wir gehen drei Legen hoch. Christian Streich sagt, reicht für mich, Gedi, nach zwölf Jahren als Cheftrainer des ersten, des Sportklubs Freiburg, 29 Jahre insgesamt im Verein, hat ja auch vorher viel in der Jugend da gearbeitet. Das ist schon so ein Einschnitt, hat schon so ein bisschen Jürgen Klopp-Feeling, das da mitschwingt, ne? Ja, sicherlich, weil Jürgen Streich ist SC Freiburg. Christian Streich. Ja, Christian Streich. Du hast mich verrückt gemacht mit Jürgen Klopp hier. Christian Klopp, Jürgen Streich. Man muss ja sehen, seit zwölf Jahren ist er im Profibereich, vorher hat er die Jugend gemacht und wenn man ihn sieht am Spielfeldrand und ich habe ihn auch beim Training schon erlebt und er lebt und liebt diesen Verein, er gibt Gas, er steht immer unter Strom und er macht sich rund um die Uhr Gedanken und das, was jetzt hat er noch geschafft in den letzten Jahren, sie international nach vorne zu bringen, war mit ihnen im Pokal ins Spiel. Er sagt ja selber, er ist leer, er ist platt, hat er ganz klar gesagt und ich denke, dass es ihm gut tut, auch gesundheitlich sich mal zurückzuziehen, ob er danach nochmal in den Profibereich geht, das lassen wir mal dahingestellt. Ich gehe und glaube, so habe ich es auch gelesen, dass er darüber nachdenkt, vielleicht in der Jugend so eine Art Supervisor in der Jugend des SC Freiburg zu sein, weil ich auch denke, dass er woanders gar nicht trainieren kann. A, glaube ich, die Spieler verstehen ihn gar nicht, wenn er spricht. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, der läuft ja auf einmal, selbst auf Schalke, wenn er auf Schalke wäre, ich weiß nicht, die würden alle gucken, der Trainer, was hast du gesagt, kannst du das nochmal bitte wiederholen und er hat natürlich auch noch, ich kenne die Familie so ein bisschen, ich habe Schwester im Urlaub kennengelernt und er hat noch diese alte Art des Trainers, diese Methodik, dass er ist der Chef und wenn er sagt, es geht rechts rum, dann laufen alle rechts rum. Wenn er sagt links, dann laufen die links und wenn er sagt, hör mal Männer, heute ist der Rasen rot, dann ist der Rasen noch rot. Er lebt das aber auch vor. Er ist bescheiden, er kommt mit dem Fahrrad zum Training, er wohnt elf oder zwölf Kilometer weg vom Platz. Das ganze Konstrukt Freiburg ist da eigentlich gleichzusetzen mit Christian Streich und jetzt ist es auch ganz schwer, dort einen Nachfolger zu finden, der in diese großen Fußstapfen eintritt. Das ist ja schon Wahnsinn, der muss ja nur wirklich richtig dahin passen und wir haben es gesehen mit Dutt und Sorg, die damals nach Volker Finke kamen, sehen wir mal ganz ehrlich, die haben es nicht geschafft, in diese Fußstapfen von Finke zu treten. Dann kam Streich aus der Jugend hoch und hat den Verein wieder zu alten Tugenden gebracht, so wie der SC Freiburg schon immer war. Ja, und da muss man ganz einfach sagen, da wünsche ich allen Verantwortlichen ein ganz glückliches Händchen, weil jeder Trainer, der dorthin geht und da kommen wir direkt auch wieder auf meinen Verein, den ich gar nicht so gerne in den Mund nehme, BVB, da wird ja auch jeder Trainer, der dorthin geht, der muss sein wie Jürgen Klopp. So, und jeder, der jetzt nach Freiburg kommt, der muss auf einmal sein wie Christian Streich und das wird ganz, ganz, ganz schwer. Ja, aber ich glaube, habe ich auch schon irgendwo rausgehört, ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwie offiziell ist, ich war aber auch gestern in Freiburg beim Spiel gegen Leverkusen, dass das Thomas Stamm machen soll und das finde ich ist eine clevere Lösung. Thomas Stamm hat in der Jugend gearbeitet, hat mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga im ersten Jahr als Aufsteiger die Meisterschaft sich sichern können, hat also wirklich bewiesen, dass er mit jungen Spielern, mit Talenten gut umgehen kann und das Beste rausholen kann, also jemand, der wirklich auch den Freiburger Fußball kennt und fördert und gut, jetzt im zweiten Jahr läuft es nicht ganz so gut, da werden sie absteigen, ist eben aber auch ein anderer Jahrgang, aber diese interne Lösung ist glaube ich gut, weil wieder einer die Region kennt und beim SC Freiburg ist es ja wirklich auch vielleicht nochmal wichtiger als bei anderen Vereinen, dass da jemand ist, der die Region auch irgendwie lebt, die Mentalität mit Männerlicht. Aber jetzt habe ich noch einen Geheimtipp, den ich noch gar nicht gehört habe von euch oder von dir, was hier mit unserem Freund Jogi Löw, der wohnt ja um die Ecke, schaut sich jedes Spiel an vom SC Freiburg, er ist immer da und er war ja damals auch Spieler, zusammen mit Christian Streich, ich weiß nicht, ob du auch in den Genuss kamst, ich habe noch gegen die gespielt und wie gesagt, er ist ganz nah an dem Verein dran und es sollte mich nicht wundern, weil Fakt ist ja auch, Jogi Löw hat ja keinen anderen Verein, ich weiß nicht, ob er Angebot hat oder so, aber er würde auch hervorragend dahin passen. Wäre, ich habe das jetzt nochmal in den Raum gebrochen. Ist Jogi Löw ein Entwickler? Schwer zu sagen, ich weiß aber gar nicht, ob Freiburg jetzt ein reiner Entwicklungsverein ist, also ich glaube schon, dass sie ein etablierter Bundesligist sind. Die sind immer so, also sie wirken immer noch so wie vor 10 oder 20 Jahren, aber die sind mittlerweile Inventar der Bundesliga, die hat es gesagt, die sind international das ein oder andere Mal vertreten, ich glaube, es kann natürlich auch passieren, dass man vielleicht auch mal 10. oder 12. wird, aber man hält glaube ich immer die Liga, schnuppert immer an den internationalen Plätzen und ich glaube nicht, dass das ein reiner Entwicklungsverein ist und es ist glaube ich von uns aus hier schwer zu sagen, welcher Trainer dahin passt. Es muss es immer so, bei Mainz ging das auch nicht immer, dass man jemanden aus der zweiten Reihe oder aus der Jugend geholt hat, also ich glaube es ist schwer. Ja, also klar, es ist jetzt nicht dieser komplett reine Entwicklungsverein, aber es ist schon ein Verein, der eine unfassbar hohe Durchlässigkeit hat von der Jugend in den Profibereich. Also er entwickelt die Spieler an sich schon, meistens irgendwie aus der Freiburger Fußballschule, so heißt das ganze Konstrukt, ja, kommt es dann meist so, dass 10, 12 Spieler den Sprung schaffen in die zweite Mannschaft. Das ist ja ein Verein, der da wirklich sehr drauf setzt. Viele Profiklubs sagen, ja, so eine zweite Mannschaft in der dritten Liga ist jetzt gar nicht so zwingend unser Ziel. Dortmund macht das sehr gut und Freiburg macht das noch viel besser. Und von der zweiten Freiburger Mannschaft gibt es dann auch immer 5, 6 pro Saison, die den Sprung schaffen in die erste Mannschaft. Der Arthur Bode zum Beispiel, der gerade im Tor steht, hat jahrelang vorher in der zweiten Mannschaft gespielt. Also das funktioniert schon sehr gut. Dadurch kommen sie an gut ausgebildete Spieler, die den Freiburger Fußball kennen, mit wenig Geld, müssten nicht teuer transferieren. Das ist das eine. Die andere Seite ist, aufgrund dieses sehr ökonomischen Wirtschaftens und auch einer gewachsenen Struktur mittlerweile, haben sie auch ein gewisses Kapital. Da bin ich völlig bei dir. Das Stadion zum Beispiel, was sie haben, gehört komplett dem Verein. Das ist vom Verein bezahlt. Da sind keine Fremdmittel drin. Und spielen europäisch, haben gute Jungs da, wie Ginter etc., den sie zurückgeholt haben. Also das ist so eine Mischung aus Ausbildungsverein und mittlerweile aber auch so ein bisschen unter dem Radar. Die haben schon mehr Kapital, als man so von außen vielleicht denkt. Ich finde, einen Trainer einzuschätzen, jetzt auch, wir reden jetzt von dem Trainer von der zweiten Mannschaft, ist ja total schwer jetzt. Wie will man den Trainer jetzt beurteilen? Ist das jetzt ein guter Trainer? Ist das ein erfolgreicher Trainer? Du hast gesagt, letztes Jahr war er relativ weit oben mit einem guten Jahrgang. So, jetzt hat er einen etwas schwächeren Jahrgang. Liegt das jetzt am Jahrgang oder kann er nicht entwickeln? Also nur mal so in den Raum gestellt. Also man hat mich auch mal gefragt, ja, wer ist denn so der beste Trainer? So, hat mich mal ein Freund gefragt. Nimm mir mal die zehn besten Trainer. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ist jetzt Guardiola, ist der jetzt besser als ich zum Beispiel? Weil der sagt, ich brauche jetzt für 70 Millionen Sechser und den kriegt der. So, kann ich jetzt da trainieren? Kann er Bochol trainieren? Ist immer schwer. Dann hat mir jemand gesagt, es gibt nur erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Trainer. Ich glaube, das passt ein bisschen mehr so. So, ist jetzt der Trainer von Freiburg 2 letztes Jahr erfolgreich gewesen, jetzt nicht? Wie viele Spieler hat er hochgebracht? Das ist alles total schwer. Und ich glaube, man braucht auch Glück. So, so wie die, die eben sagte, da ist ein, ja, ein Dude, der ist jetzt plötzlich bei Freiburg, funktioniert nicht. Und dann kommt der Streich und das funktioniert halt wieder. Und schwer zu sagen, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass der Trainer der zweiten Mannschaft, der steigt ja ab aus der dritten Liga. Und ich glaube, mittlerweile sind die Ansprüche auch der Fans beim SC Freiburg höher geworden, als sie vielleicht vor einigen Jahren mal waren. Und wenn du dann einen Trainer nimmst, der gerade abgeschwiegen ist aus der dritten Liga und der darf jetzt in der ersten Bundesliga trainieren, ich glaube, da hat er schon so einen kleinen Makel. Und wenn es vielleicht in den ersten zwei, drei Spielen nicht so läuft, wie die Funktionäre, aber auch die Fans sich das vorstellen, du musst ja nur schon ein schweres Auftaktprogramm haben, Ich glaube, dann hat der Trainer es richtig schwer. Und da würde auch Freiburg dann schon ins Grübeln kommen, können wir mit diesem Mann wirklich die Saison zu Ende bringen. Und da glaube ich eher, dass man dort einen Trainer holt, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Niko Kovac? Ja, Niko Kovac muss man natürlich nehmen, wie er ist. Er ist kein einfacher Trainer. Er hat eine ganz gerade Linie, so wie alle Kroaten, Bosnia etc. Die haben eine sehr gerade Linie, die ziehen ihr Ding durch. Er könnte von seiner Qualität her, für mich ist Niko Kovac ein guter Trainer, aber du hast schon recht, ich bin auch immer auf die Erlöbe, erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Ob ein guter und schlechter Trainer, sieht man dann immer, wie viel Erfolg er dann am Ende hat. Angelotti ist auch kein schlechter Trainer und er kam bei Bayern gar nicht klar. Und woanders holt er einen Champions-League-Titel nach dem anderen. Kovac wäre sicherlich auch einer, der dorthin passen würde, weil er von seiner Art her und von seiner geraden Linie genau so ein Typ ist wie Christian Streich. Und er ist seit gestern frei, Niko Kovac entlassen worden beim VfL Wolfsburg. Ralf Hasenbüttel ist jetzt dort Trainer. Also insofern spannende Zeit, gerade in Breitschau, nachdem es da immer so ruhig war, unangefochten. Ich glaube, die wären mit Streich auch abgestiegen, wieder aufgestiegen. Weiß man immer nicht, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, er konnte bis zuletzt entscheiden, was er jetzt auch gemacht hat, ob er geht oder bleibt. Das gibt es ja sonst auch kaum mehr im bezahlten Fußball. Ich glaube, Freiburg guckt immer auch über den Tellerrand hinaus, was Spieler betrifft. Ich glaube, die sollten, sind glaube ich meiner Meinung nach gut beraten, wenn sie auch mal auf dem Trainermarkt über den Tellerrand hinaus gucken. Also die müssen jetzt keinen erfolgreichen Trainer aus Bocholt holen, um Gottes Willen, nein. Aber es gibt ja zum Beispiel sehr gute Trainer in der dritten Liga. Oder es gibt auch super Trainer, die noch gar nicht so auf dem Radar sind, die Zweitligamannschaften entwickelt haben. So, Kovac zum Beispiel, bei allem Respekt, ist wieder einer der typischen, die auf dem Bundesliga-Karussell sind. Und ich glaube, dass man vielleicht, so wie Freiburg das mit den Spielern macht, auch, ich glaube, dass sie auch heutzutage scoutet ja ein Bundesliga-Verein, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Das weiß man ja. Und ich glaube, dass sie da schon vielleicht eine Lösung sogar finden, entweder intern, wäre vielleicht die kürzeste und einfachste. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie eine überraschende Lösung gibt, glaube ich. Und wenn man dich fragen würde? Ja, dann hole ich mir das Fahrrad von Christian Streich und fahre von hier aus sogar dahin. Also das ist ein Bundesliga-Verein, klar. Sehr schön. Gut, dann bleiben wir mal ganz kurz in Freiburg, weil da gab es gestern ein schönes Spiel. Zwei tolle Mannschaften, die das gut gemacht haben. Es gab einen Sieger, 3-2. Leverkusen am Ende haben sich durchsetzen können, auch aufgrund individueller Klasse. Das schönste Tor war wahrscheinlich das erste von Florian Wirtz. Du hast es gesehen. Was fällt dir dazu noch ein? Das ist ja einfach nur Wahnsinn. Das ist Selbstvertrauen pur. Das ist Qualität pur. Das ist individuelle Klasse. Aber ich glaube, so ein junger Spieler braucht auch diese Mannschaft gerade. Die haben alle Bock, Fußball zu spielen. Sind in der Breite unheimlich, also qualitativ super. Also vielleicht, man hat es international jetzt gesehen. Man kann auf bestimmte Spieler nicht verzichten. Das hat man im Hinspiel jetzt dann auch gesehen in Aserbaidschan. Da musste man dann doch ein bisschen justieren, nachdem man 0-2 hinten lag. Da ist es in Aserbaidschan. Da ist es unheimlich viel Freude. Ja, aber man sieht halt auch diese engen Spiele. Die werden gewonnen. Das hat auch was mit Qualität und nicht mit Glück zu tun. Und das Tor war einfach sensationell. Ja. Und das ist der Spieler, der die Geschicke leitet, zusammen mit Granit Xhaka im Mittelfeld des kommenden Deutschen Meisters. Oder da hast du auch keine Zweifel, dass Leverkusen den Titel holt? Oder sagst du, das ist noch nicht durch, das Ding? Zehn Punkte ist für mich durch. Okay. Durch ist auch die Nominierung für die Nationalmannschaftsspiele, die jetzt anstehen in den nächsten Tagen, gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Ja, ich suche jetzt hier gerade nochmal die Liste raus mit den Namen. Da war ja schon viel Kurioses mit dabei. Gab es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat? Zum Beispiel, dass jetzt tatsächlich, wurde ja schon vorher gemunkelt, der Heidenheimer Beste mit dem Aufgebot steht. Ist das etwas, wo man sagt, ja, da traut sich mal wieder jemand was. Ist das ein Ausprobieren zu rechter Zeit? Ist das jetzt Unsinn, so kurz vor der EM? Wie ist sowas einzuschätzen? Ja, erstmal hatte, finde ich, der Bundestrainer diesmal die Spieler wirklich nach Leistung eingeladen. Also ja, die Spieler, die dort sind, haben in den letzten Wochen und Monaten gute Leistung gebracht. Er will sicherlich auch dem einen oder anderen das Gefühl geben, Moment mal, du hast die große Chance, teilzunehmen an einer EM. Aber es gibt auch eine Zeit nach der EM. Und dementsprechend finde ich das schon richtig gut, wie er es gemacht hat. Ich habe an dem Kader nichts großartig auszusetzen. Müller fährt mit als gute Laune Onkel, sage ich jetzt mal, um die Mannschaft bei Laune zu halten, wie damals Podolski. Den hatte man ja auch mitgenommen. Ansonsten fehlt mir dort kein Spieler, den ich im Moment in der Bundesliga sehe. Es ist Anton mit dabei, Undaf ist dabei. Also es passt an für sich. Gut finde ich, dass man einen Spieler wie Can, dass der nicht dabei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er überschätzt sich maßlos. Weil er von Dortmund das meint. Der könnte spielen, wo er wollte. Der hat für mich, muss ich sagen, dass er selber überschätzt nicht maßlos. Er wird ja nicht von den anderen überschätzt, sondern er selber. Das hört man auch an den Aussagen, die er tätigt, aber auch wie er spielt. Gut, jetzt hat er gestern mal den Elfmeter reingeschossen. Hat Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist. War ja auch zu Recht, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Alles gut. Aber ich sehe auch keine Berechtigung, dass er dabei ist, aufgrund seiner Leistung. Ja, jetzt ist auch noch Maximilian Mittelstädt mit dabei, vom VfL Stuttgart. Die anderen Stuttgarter hast du ja schon genannt, mit Anton und Undaf, die als Neulinge mit dabei sind. Beste von Heidenheim, Bayern, schneller Spieler über die Außen von Hoffenheim und Pavlovich vom FC Bayern München. Wie bewertest du die Aufstellung so kurz vor der EM? Das ist ja nicht so ganz unwichtig. Also wenn man sowas in so einem, ich sag mal, turnierfreien Jahr macht, dann ist das immer so ein bisschen auch dieses Ausprobieren. Ich glaube, kurz vor der EM kann man da schon ein bisschen mehr reininterpretieren. Das ist schon ein ganz klarer Fingerzeig, weil wenn die jetzt ihre Chance nutzen, dann werden die ja nicht wieder abgerufen. Also das ist, ich sag mutig. Der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil ich glaube, das ist jetzt so der letzte Härtetest. Also wir spielen jetzt auch gegen richtig gute Mannschaften, was ja auch wichtig und gut ist, um sich einspielen zu können und um das Niveau auch zu bekommen. Aber es ist halt 50-50, würde ich sagen. Also ich glaube auch, so wie Didi sagt, das geht vielleicht über dieses Turnier jetzt im Sommer hinaus, dass man jetzt schon den Umbruch macht. Die Sache ist halt die, das sind wohl auch für mich, gibt es immer punktuelle Diskussionen, aber das sind wahrscheinlich die besten Spiele im Moment, die gerade aktuell auf Topniveau spielen. Aber ich glaube, dass im Vergleich zu anderen Mannschaften, wenn ich jetzt alleine Frankreich nehme, dann sind wir von der Qualität her weit hinten dran. Weil bei allem Respekt, wir holen halt Spieler von Heidenheim, Stuttgart, okay, muss man gucken, ob das nicht nur eine Eintragsfliege ist. Aber wenn du dann, keine Ahnung, Frankreich hast oder Holland oder Italien, da sind halt fast alle Spieler oder sehr, sehr viele Spieler, die international Riesenerfahrung schon haben, die Titel gewonnen haben, die immer Champions League spielen. Und wir müssen uns halt jetzt hinten anstellen. Ich hoffe, dass der Heimfaktor eine erhebliche Rolle spielt, dass uns das richtig pusht. Aber ich finde es mutig, ich finde es gut und die Spieler, so wie die, die sehe ich das auch, die spielen im Moment gut und auch im Beste bei Heidenheim, das ist ein Mentalitätsspieler, der geht voran, gefährliche Standards und warum soll man den da nicht einladen? Also für die Entwicklung ist es gut, ich hoffe aber, dass wir die Euphorie für die Nationalmannschaft auch beim Heimturnier dann, dass das nicht abeppt, wenn wir irgendwo in der Vorrunde ausscheiden. Also das wäre, glaube ich, fatal für die Entwicklung der Nationalmannschaft. Aber es kann gut gehen, auf jeden Fall. Emre Can nicht mit dabei, Sané auch nicht, meine ich. Sané ist ja noch gesperrt. Der wird mit Sicherheit im Turnier dabei sein. Aber warum ich gerade so diese Verbindung habe zwischen diesen beiden Spielern, weil das beide sind, dessen Körpersprache mir zum Beispiel überhaupt gar nicht gefallen. Finde ich ganz schlimm. Das ist ja das, was wir am Anfang schon hatten. Du hast eigentlich alles, gut, dann so ein Sané natürlich nochmal mehr als ein Emre Can, alles, was fußballerisch irgendwie du brauchst, um auch geniale Momente zu kreieren, um auch beim Spiel vielleicht alleine zu entscheiden, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Du hast diese ganzen Qualitäten, aber hast du dieses dievenhafte Verhalten. Und nochmal, also auch solche Jungs, das ist doch schwierig. Wie geht man das hier mit um? Das muss doch unfassbar nerven. Also mich nervt sowas extrem. Ich glaube, Sané ist einer der Top-Spieler. Er hat auch bewiesen, dass er gegen den Ball arbeitet. Aber manchmal hat er halt diese Phasen, wo er wirklich launisch ist. Und ich sage heute, musst du im Profifußball verteidigen alle und alle greifen an. Und wenn da mal ein, zwei keine Lust haben, und es sieht manchmal von der Körpersprache lustlos aus. Also ich bin dann Trainer, ich würde durchdrehen. Kann mir aber nicht anmaßen, zu sagen, wie ich da bei Bayern München mit umgehen müsste. Ich glaube, das ist halt die große Herausforderung eines Trainers. Ich glaube, da geht es nicht um Trainingsinhalte. Die werden top sein mit acht Co-Trainern. Das wird schon alles funktionieren. Aber der Umgang mit den Spielern, mit den Stars, das stelle ich mir, glaube ich, schwierig vor. Und wenn du dann ein Disziplin-Fanatiker bist und es muss halt alles funktionieren, und dann hast du so einen Spieler, den das schwer zu händeln, glaube ich. Das werden wir dann sehen. In Frankreich gegen die, die in der Lande, von der deutschen Nationalmannschaft. Ja gut, das ist die große Frage. Wir wissen ja jetzt nicht, in welcher Formation auch die Holländer spielen oder die Franzosen, ob die mit ihren ersten Elf-Spielern antreten. Wir werden sicherlich eine Mannschaft sehen, die sich finden muss. Wir müssen uns finden. Ich bin gespannt auch, wie das klappt mit Wirts und Musiala, wenn die beiden zur gleichen Zeit spielen. Noch interessanter wird das, wenn Sané dazukommt auf einmal. Das wird auch ganz schwierig. Aber ich glaube schon, dass wir eine sehr engagierte Mannschaft sehen werden, die natürlich auch den Fokus auf die EM gerichtet hat. Hier die EM selber, die können wir nur gut gestalten, wenn wirklich das Publikum hinter der Mannschaft steht. So wie es 2006 ist, das erwarten sich ja alle, oder sprechen auch immer alle von diesen Fußballmärchen damals. So wird es nie mehr wieder werden. Das ist einfach so. Dinge, die wiederholen sich manchmal nicht. Aber diese Mannschaft wird sicherlich Unterstützung brauchen. Und vor allen Dingen, wie du vorhin schon sagtest, wenn es mal nicht so gut laufen sollte, dass man sie dann nicht wieder so niedermacht und so kaputt macht. Weil es sind sehr viele junge Spieler. Und diesen Spielern gehört die Zukunft. Und ich denke auch, dass wir jetzt eine in Anführungsstrichen ordentliche EM spielen werden. Ob wir wirklich weit nach vorne kommen, kann ich nicht sagen. Das muss man sehen, wie schnell die Jungs sich finden. Aber ich sehe eher eine Mannschaft auf Zukunft im Moment. Und da kann es in zwei Jahren schon wieder ganz anders aussehen, wenn es zur WM geht. Also bin ich gespannt. Die beiden Spiele werden sehr schwer werden für uns, so oder so. Aber ich glaube schon, dass man eher gegen Holland möglicherweise ein gutes Ergebnis erzielt. Unter der Voraussetzung, dass sie vielleicht auch nicht mit der kompletten Mannschaft spielen. Frankreich, als wir sie damals 2-1 geschlagen haben, hier beim Testspiel, da war Frankreich auch gar nicht komplett. Ja, und dann musste Rudi auch nur die Hand drauflegen. Da haben einige Spieler gefehlt. Und man weiß auch nicht, was die anderen Mannschaften riskieren, was sie zeigen wollen schon. Und dementsprechend bewerte ich diese Spiele sowieso nicht so sehr, diese Vorbereitungsspiele. Das sind Spiele, da gucken alle, probieren noch ein bisschen aus. Meistens ist das letzte Spiel sogar vor der EM oder vor einer WM. Da wird in der Halbzeit werden. Elf neue kommen dann. Und da haben wir schon manchmal ganz schlecht gespielt, ganz schlechte Ergebnisse erzielt. Und auf einmal haben wir ein tolles Turnier gespielt. Dementsprechend sehe ich das hier mal mit gemischten Gefühlen. Ich glaube schon, dass beide mit Top-Mannschaften spielen, weil die haben auch nicht mehr so viele Testspiele. Und ich glaube, für viele Fans fängt das schon fast schon so ein bisschen die EM an. Weil wenn du da jetzt gute Ergebnisse ablieferst, dann hast du eine gewisse Euphorie. Kriegst du aber zweimal 5-0 auf dem Hintern, dann wird alles wieder angezweifelt. Dann hast du jetzt von März bis im Sommer Diskussionen. Und da musst du wieder hin und her überlegen. Also ich wünsche mir einfach, weil ich dann auch Nationalstolz habe, dass die Spiele jetzt gut sind. Ich wünsche den Spielern alles Gute. Ich finde sowas wie Pavlovich zum Beispiel überragend. Hätte es früher wahrscheinlich nicht gegeben. Also als ich gespielt habe, da habe ich mir, also ich war jetzt auch vielleicht nicht so gut, aber da musstest du ja 100 Bundesligaspiele haben, damit du annähernd mal mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurdest. Heute hat sich das ein bisschen verändert. Ich finde den Jungen super. Ich glaube, der wird uns auch helfen mit den anderen jungen Spielern. Ich finde es sehr gut, dass Toni Kroos wieder da ist. Bin aber gespannt. Du sagtest eben die beiden Jungen nebeneinander. Was ist mit Gündogan und Kroos? Funktioniert das? Dann hast du Kimmich noch, der sich wahrscheinlich hinten rechts einreihen muss. Also das sind schon Herausforderungen. Aber nochmal, ich glaube, wir brauchen jetzt in der Pause oder in den beiden Spielen jetzt gute Ergebnisse. Dann haben wir schon Euphorie. Und das wünsche ich mir, weil da bin ich dann auch Fan im Sommer. Und ja, Fieber dann auch mit, ist doch klar. Über die Regionalliga West und die Bundesliga, über die Nationalmannschaft geht es jetzt zum nächsten Sorgenkind. Sorgenkind-Nationalmannschaft hatten wir jetzt. Jetzt geht es um Sorgenkind in der zweiten Liga. FC Schalke 04, 2 zu 5 verloren in Berlin. Da war ja wieder so viel fehlerhaft. Boden und bewusstlos, wie Thomas Wagner vor ein paar Wochen sagte, hier im Podcast. Folge war gut, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ja, und jetzt, weil wir alle unten gewonnen haben, Lauter und Rostock-Braunschweig, sind es wieder nur zwei Punkte bis zum Redekationsrang. Das Ganze, acht Spieltöcke vor Schluss. Aber gehen wir jetzt erstmal aufs Spiel am Wochenende ein. Was lief da mal wieder? Alles schief, Didi, bitte. Ja gut, erstmal muss man sagen, es sind 20.000 Schalker, fahren nach Berlin und sehen dann so eine desolate Leistung der Mannschaft. 20.000? 20.000 Schalker, mal da gar nicht drüber nachdenken. Normalerweise habe ich ja in der letzten Woche noch ein großes Plädoyer gehalten für die Fans, dass sie die Spiele gewinnen. Aber wenn da 20.000 Zuschauer sind, ist es ja fast in Anführungsstrichen wie ein Heimspiel für die Mannschaft. Und wenn ich dann sehe, wir geraten zweimal in den Rückstand, kommen dann ran auf 2-2 und danach brechen wir in der zweiten Halbzeit wieder ein. Und wenn ich dann unsere Gegentore sehe, das ist für mich als ehemaliger Abwehrspieler, kann ich da nur mit dem Kopf schütteln und das macht mich auch richtig wütend. Wenn ich sehe, wie die Spieler sich düppieren lassen, wie sie sich teilweise ausspielen lassen, welche Stellungsfehler sie machen, das ist gar nicht erklärbar. Wenn ich dann den Terodde sehe, der nach dem Spiel gefragt wird, der selber auch keine Worte dafür hat, wie die Spieler sich teilweise verhalten in der Defensive. Und dann muss ich auch sagen, unser Trainer, der ja in der letzten Woche, wir haben 2-0 gegen Paderborn geführt, dann ist Paderborn rangekommen, ist sogar in Führung gegangen und wir machten dann noch den Ausgleich durch Keketopp. In der letzten Woche haben wir fünf Spieler ausgewechselt. Von diesen fünf Spielern haben vier Spieler schlecht gespielt, sodass wir nach dem 2-0 das Fußballspielen eingestellt haben. Diesmal spielt von Anfang an ein Dennis Latza und ein Matricciani, die in der letzten Woche schon unterferner liefen waren. Matricciani hat in der letzten Woche von sechs Ballkontakten sechsmal den Gegner in die Füße gespielt, denn die Latza behindert den eigenen Torwart kurz vor Schluss, wo er den Ball schnell nach vorne spielen möchte. Diesmal sind beide rumgelaufen. Matricciani allein gegen Reze zu stellen, da muss man sich schon Gedanken machen. Er wird noch getunnelt im 16-Meter-Raum. Latza überhaupt keine Bindung zum Spiel, nicht das erste Mal. Ich weiß gar nicht, warum der immer noch aufgestellt wird. Also ist für mich mit Worten nicht zu erklären. Und da frage ich mich natürlich, was macht der Trainer? Er hat Leute um sich rum. Mike Büskens, Gerald Asamoah. Die kennen die zweite Liga und die kennen den FC Schalke 04. Und die kennen Spieler wie Latza und Matricciani. Oh, da erwarte ich von Ihnen mal, dass Sie hingehen. Trainer, das müssen wir anders machen. Das geht nicht so. Du musst dir da was einfallen lassen. Lass mir. Kann nur gerade auslaufen. Der kann nicht flanken. Der kann kein Kopfball. Einwurf kann er. Aber warum bringe ich nicht den Keke Top, der das 3-3 gemacht hat? Von Anfang an. Als wenn ich im 4-4-2 spiele, so wie sie es gemacht haben. Dann muss ich doch den Keke Top, einen giftigen Jungen, der da drin. Der Trainer sagt, ja, lass mich schnell. Ist ein Konter. Aber Keke Top ist auch schnell. Und ist ein junger Bursche. Und ist torgefährlicher als lass mich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen sich alle dort hinterfragen. Weil Fakt ist, wie du gerade schon gesagt hast, 2 Punkte Relegation, 3 Punkte Abstieg. In der letzten Woche hat man schon ein bisschen gefeiert. Ach, jetzt sind wir da mit 29 Punkten. Aber man hat in der letzten Woche, und jetzt sieht man erst mal, wie schlimm das ist. Wir haben in der letzten Woche 2 Punkte verschenkt. Dann hätte es ein bisschen angenehmer ausgesehen. Dann haben wir die schlechteste Auswärtsbilanz. Wir haben 2024 auswärts noch keinen Punkt geholt. Wir haben insgesamt 35 Gegentore auswärts. Jetzt auf einmal Müller, hervorragender Torwart. Hat jetzt auch zweimal schlecht ausgesehen. Fängt auch langsam an zu wackeln. Die Angst geht um. Sicherlich kann man jetzt auf diese Mannschaft jetzt nicht noch einschlagen. Und der Trainer muss jetzt die richtige Lösung finden. Ich hoffe, er findet das. Ich sehe nach wie vor immer so als ein bisschen Problem die Sprache. Nach wie vor höre ich jedes Interview auf Englisch. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich weiß auch nicht, mit wem der Trainer sich berät. Ob er, wenn ich im Stadion bin und ich sehe das, er spricht meistens nur mit seinem belgischen Co-Trainer. Ich sehe ganz selten, dass er mal mit Büskens spricht. Oder dass er vielleicht Asamoah mal beiseite holt. Das sehe ich nicht. Muss dazu sagen, ich bin auch nicht beim Training dabei, wo ich jetzt sagen kann, Moment mal, beim Training bespricht er sich, dann macht er das. Aber wir spielen ja auch kein Fußball. Ich sehe keine Spielzüge. Ich sehe keine durchdachten Spielzüge. Ich sehe das alles nicht. Ich sehe nur Zufallsprodukte. Und so wird es bis zum letzten Spieltag ein ganz, ganz, ganz harter Kampf. Und ich bete dafür und ich hoffe so sehr, dass wir in der zweiten Bundesliga bleiben. Weil sonst wird es ganz, ganz eng. Und wir haben noch Hansa Rostock, glaube ich, am vorletzten Spieltag zu Hause. Das kann ein richtiges Endspiel werden. Und zu Hause haben wir die Macht mit unseren Fans. All das, das ist Wahnsinn. Das ist mit Worten nicht zu erklären. Aber wir müssen ja auswärts auch mal was holen. Dann müssen wir mal in der Lage sein, dass du auch eine Leistung konservierst und im nächsten Spiel wieder die Leistung bringst. Und das kriegen wir im Moment einfach nicht auf die Beine. Das kriegen wir nicht hin. Und ich habe es schon mal gesagt, für mich ist auch Konstanz eine Qualität. Und ich erwarte von einem Fußballprofi, der in der zweiten Bundesliga oder in der ersten oder auch in der dritten Liga spielt, erwarte ich schon eine gewisse Konstanz in seinen Leistungen. Und nicht, dass auf einmal und das ist ja auch noch schlimm, auch immer dieses kollektive Versagen stattfinden. Und das darf nicht. Das ist schon, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad im Moment. Und wir hoffen, beten, dass es gut geht. Und wir alle, wir lieben unseren Verein. Wir leben unseren Verein. Aber ich erwarte das auch von den Spielern. Ganz klar. Ohne Wenn und Aber. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine Dreiviertel. Ja, ich habe das Gefühl, du hast Puls, wenn du über Schalke sprichst. Im Moment sehr. Ja, kann ich aber auch verstehen. Weil das tut weh. Aber jetzt mal anders. Stell dir mal vor, das geht nicht gut und es geht runter. Und stell dir mal vor, der FC Bocher kriegt jetzt nochmal einen Lauf. Am Hündchen gegen den FC Schalke. Klingt total verrückt, aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre das überhaupt gar nicht denkbar. Also wir haben in der Vorbereitung gegen Schalke gespielt. 2-2. Also von daher wird es dann auch in der dritten Liga ausgeglichen. Naja. Nein, Spaß beiseite. Vorbereitung zählt doch nicht. Nein, nein, aber Spaß beiseite so. Also ich habe jetzt jahrelang in Duisburg gespielt. Das ist Ruhrpott. Und dann kann man sich mit dem ganzen Ruhrgebiet identifizieren. Ich habe auf Schalke gespielt, wo Schalke Meister der Herzen war. Das war das letzte Spiel im Parksteil. Und ich habe relativ früh dann in der Arena gespielt. Und egal, wo du spielst und wo du herkommst, wenn du auf Schalke gespielt hast, wenn du annähernd nur weißt, was da so ist, dann du bist, ich bin nicht Fan von Schalke, um Gottes Willen, aber ich wünsche so einem Verein, dass er so hoch wie möglich spielt, weil das ist ein Erstliga-Verein. Diese Fans, was Didi gerade sagt, das ist unfassbar. Diese Power, die ist in Duisburg natürlich ähnlich, nur ein bisschen kleiner. Wir haben vorhin ja auch darüber gesprochen, das ist in Dortmund so, das sind alles Rivalen. Aber wir haben eben über Freiburg gesprochen, über diese Region. Aber hier ist Ruhrpott so. Ich komme vom Niederrhein, ich habe nie im Ruhrpott gewohnt, aber ich habe, wie gesagt, sieben Jahre da gespielt. Und wenn du das aufsaugst, diese Emotionen der Fans, diese Leidenschaft, Schalke sagt ja auch immer, das ist wie Religion. 20.000 in der zweiten Liga auswärts mit nach Berlin, da drückst du als Außenstehender die Daumen. Aber mir hat auch mal jemand gesagt, wie viele Spieltage haben wir jetzt? 27? Ja. Dann stehen die guten Mannschaften oben und die schlechten unten. Das ist eigentlich relativ einfach. Und diese Konstanz, die gibt es halt jetzt nicht. Deswegen ist eine Mannschaft halt im Moment schlechter als andere. Die Gefahr ist halt, man darf das nicht verkennen. Also Mannschaften wie Kaiserslautern, Rostock, die da unten stehen, die Konkurrenten sind, die wussten von Anfang an, dass es gegen den Abstieg geht. Und Schalke hat wahrscheinlich vom Aufstieg geredet. Genau. Und das ist die Gefahr. Man muss das realisieren. In der dritten Liga ist das mit Bielefeld das Gleiche. Die reden auch noch nicht von Regionalliga. Aber das ist die Gefahr. Aber nochmal, ich wünsche dem Verein alles Gute. Ich glaube, Qualität ist da. Vielleicht hat man da auch sehr gutes NLZ, auch nicht immer so auf die Jugend gesetzt, was Freiburg wahrscheinlich gemacht hat. Wir spielen gegen die zweite Mannschaft. Sehr gute U19, Keke Top kommt aus der U21, U23. Der lebt den Verein. Und so Spieler, denen müsste man viel mehr Spielanteile geben. Ich glaube dann, ich glaube auf jeden Fall, trotz alledem, dass Schalke die Kurve bekommt und in der Liga bleibt. Das war ein schönes Schlusswort. Lassen wir genauso stehen. 26 Spieltage sind rum. Es kommt jetzt der 27. Aber erst nach der Länderspielpause, dann geht es gegen Karlsruhe. Die haben mal eben so mit 7 zu 0 den ersten FC Magdeburg filetiert. Also das wird auch ein Match, da muss man sich strecken. Aber ich glaube, die Länderspielpause, die jetzt erstmal ist, die kommt für Schalke keine Sekunde zu früh. Da kann man sich vielleicht nochmal zusammenraufen. Und Schalke ist ja wieder Thema in zwei Wochen. Nächste Woche geht es um die Nationalmannschaft. Dann schauen wir auf die Spiele, Didi, die wir dann gesehen haben in Frankreich und gegen Holland. Bis dahin, eine gute Zeit. Bleibt gesund. Behaltet eure gute Laune. Und an unseren Gast, in die Kamera muss man sprechen, ich lerne das noch, an unseren Gast erstmal ganz lieben Dank für die Fußball-Expertise ligaübergreifend. Und ja vor allem auch mal interessant zu hören, wie das beim 1. FC Bochol so hinter den Kulissen abläuft. Und für den weiteren Saisonvorlauf nur das Beste. Vielen Dank. Didi, vielen Dank. Sehr gerne. Glück auf. Ciao.